Hallöchen, Hallöchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Dieses Mal ein bisschen verspätet, da gab es das ein oder andere Problemchen. Das haben wir jetzt gelöst und deswegen starten wir mit dem Unboxing der Woodbox aus dem August. Und es ist ein riesen Paket, möchte ich dazu nur sagen. Und zwar verbirgt sich darin schon das Erste, das wir entpacken können und zwar die eigentliche Woodbox, die wir hier haben. Und weshalb es so eine große Schachtel gibt, noch das erste Teil der Woodbox. Und zwar ist es ein absolutes Highlight und deswegen bin ich unglaublich froh, dass mich die Woodbox im August noch erreicht hat, weil das schon ein geiles Teil ist. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt direkt mal. Das ist das Highlight. Boxes are meant to be opened, steht drauf. Und es ist eine Batman Box beziehungsweise eine Batman Figur. So sieht das Teil aus. Und ich zeige es euch jetzt gleich. Los geht's mit dem Unboxing. Wie gesagt, die erste Schönheit haben wir ja jetzt schon entdeckt. Das ist dieses Teil hier, diese Figur. Die packen wir aber gleich aus. Erstmal gucken wir uns die Woodbox an. Ich mache das Teil hier wieder auf und im Inneren bebiegen sich wie immer die restlichen Sachen. Und wir sehen auch hier schon das Design der Woodbox passend zum Thema. Aber erst mal packen wir dieses schöne Heftchen aus. Es ist das Woodbox Heft, das immer mit dabei ist. Hier sehen wir August 2020 und wir machen das auf. Und dieses Mal haben wir die deutsche Fassung mit dabei. Ich weiß nicht, ob das deshalb kommt, weil ich es danach bekommen habe oder nicht. Aber ich sehe was, was ihr nicht seht und es ist super cool. Oh mein Gott, ich bin wieder mit oben. Ich zeige es euch gleich. Dieses Mal habe ich es nur mit der deutschen Beschreibung dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben oder ob das jetzt im Nachhinein kommt. Das sehen wir dann im nächsten Video. Aber hier sehen wir schon die ersten Teile. Und ich lese es euch mal vor. Also die Woodbox hat natürlich das Thema Knights, wie man sehen kann. Und da haben wir schon die Q-Fig-Fig-Fig-Whatever. Wie man das auch immer. Q-Fig, das ist so ein Kackwort. Ich sage es euch. Aber trotzdem, diese Figur, diese Q-Figur, Batman The Last Knight, kostet eigentlich 29 Euro. Und was steht drauf? Diese Last Knight on Earth-Figur, basierend auf der berühmten Comicserie Batman, präsentiert Bruce Wayne in einer Arkham-Jacke. Er durchwandert eine zerstörte Landschaft und trägt nur eine Laterne mit dem Kopf des scheinbar lebenden und sehr gesprächigen Jokers. Und ich finde, das passt perfekt zu Halloween. Ich war so scharf auf die Figur und deswegen bin ich so unglaublich froh, dass ich die, ähm, diese Box noch bekommen habe, weil die Figur ist schon geil. Und ich zeig sie euch jetzt auch gleich mal. Hier ist das gute Teil und wir packen es jetzt aus und ich bin so, 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 so gespannt, weil ich finde die so geil. Natürlich, wie immer, sehr vorsichtig. Ich muss erst mal gucken, wo ich die aufmache. Oh, wow, man kann die ja hier vorne aufmachen, da ist so ein, geil, so sieht es aus, man kann es aufmachen. Oh, hier sieht man es nochmal in groß, also da ist so ein Klettverschluss dran. Und was, wir haben da noch was in groß, Batman. Und da haben wir noch was draufstehen, Caution. Warte, ich muss mal kurz umdrehen. Steht drauf, sehr cool. Und ich glaube, wir können was jetzt aufpacken. Das machen wir jetzt auch. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh, baby. Bisschen Social Media Werbung ist mit drauf, hier. Ich bin sehr aufgeregt. Ich habe ein bisschen... Oh, baby, ich sehe dich. Oh mein Gott, das ist so eine geile Figur. So sieht sie aus. Holy shit, die ist wirklich nice. Die kriegt bei mir definitiv einen Ehrenplatz, so sieht sie aus. Oh mein Gott, die ist so cool. Die ist einfach so unglaublich cool. Mit dem Joker inside, ich habe sie mir noch nicht mal richtig angeguckt, aber die ist schon nice. Also mit dem Joker und so ist die schon richtig, richtig cool. Guckt euch die mal an. Die ist schon echt nice. Sehr, sehr cool. Ich freue mich mega drüber. Es wird wahrscheinlich mein Highlight für die Box, aber wir werden es noch sehen. Sehr, 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 sehr cooles Teil. So, die nächste. T-Shirt Adventure Time. 20 Euro. Lustige, verrückte und surreale Abenteuer. Ein tapferer kleiner Junge und ein magischer Hund. Und das macht Adventure Time zu einer Serie, die auch weiterhin Fans in ihren Bann zieht. Begib dich in eine fantastische und übernatürliche Welt, die von Prinzessinnen und seltsamen Kreaturen bevölkert wird. Das ist dieses Teil hier. Wenn er mal scharf machen würde, schärfe das Wild, mein Freund. Kostet 20 Euro und so sieht es aus. Adventure Time. Ich glaube, ich habe die Serie mal angeguckt, aber nur angeschnitten. Ich bin mir aber nicht sicher, kennt ihr die Serie? Das ist jetzt blöd, das gibt man sie so nicht auf, ohne dass man es kaputt macht. Das ist ja doof. Ich glaube, ich schneide es dann mal auf. Kleinen Moment. Sehr coole Farben auf jeden Fall. Oh ja, das wird mir passen. Das ist, glaube ich, das erste S-T-Shirt, das ein bisschen kleiner ausfällt. Oh yeah, so sieht es aus. Sehr, sehr cool. Wir werden es nochmal sehen, wenn ich es dann anhabe. Aber ja, natürlich kenne ich es jetzt. Das erkennt man. Das kennt man. Ja, ihr kennt es auch, oder? Wer von euch kennt es? Sehr, sehr cool. Auch ein sehr schönes Teil. Auch hier wieder schöner Stoff. Wie gesagt, ist die Größe S. Original, wie immer. Und, ja, pack mal zur Seite. Holen wir uns das nächste Teil. Eine der aufregendsten Veröffentlichungen in diesem Sommer ist das neue Kartenspiel von Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic, The Gathering. Eine Karte allein hilft dir nicht, um zu siegen, aber in Kombination mit anderen könnte sie die Niederlage deines Gegners besiegeln. Um deinen Erfolg sicherzustellen, musst du drei Schlüssel vor deinem Feind schmieden. Bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen? Hey, nice. So sieht das Teil aus. Ey, geil. Da bin ich ja gespannt. Holy shit, ich liebe Kartenspiele. Habe ich das schon mal erwähnt. Auch wenn ich Magic so nicht gespielt habe, ich kenne es. Ich habe es nicht gesammelt, aber ich kenne es. Fand es auch nice. Aber Kartenspiele sind voll mein Ding. Und ich bin gespannt. Wir packen es mal aus. Spielbereites... Wie? Enthält ein einzigartiges spielbereites Archon-Deck. Okay, es ist so ein typisches Deckspiel. Ähm, wie mache ich denn das? Entdecke eine Welt, in der das Unmögliche möglich ist. Das Archon... Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Deck in dieser Schachtel unterscheidet sich von allen anderen existierenden Decks. Mit seiner eigenen Kombination aus Karten bietet dieses Deck Strategien, die nur du meistern kannst. Ein Deck plus Spieler genügt, um Keyforge zu spielen. Regeln gibt es online. Oh nice. Dann machen wir das doch mal auf, oder? Wäre ich voll dafür. Mal schauen uns jetzt mal ein paar Karten an. Also vom Stil her, es ist richtig, richtig cool gezeichnet. Es ist schon echt cool, also vom Stil her richtig, richtig cool gezeichnet. Und dann hat hier auch Aktionskarten. Aktion, Aktion. Da haben wir ganz viele von der Sorte. Also ich werde es definitiv mal antesten, bin sehr sehr gespannt. Aber vom Stil her echt richtig richtig cool, vom Design her richtig cool gezeichnet. Und nice, finde ich gut, finde ich cool, gefällt mir. Da haben wir auch noch die Deckliste mit dabei, da stehen dann die Karten im Einzelnen mit drauf. Und ja, sehr sehr nice, richtig cool. Kommen wir zum nächsten Teil und es ist auch schon das vorletzte. Minecraft Item eins von drei Produkten wird zufällig versendet, kostet. Ach ja, das Kartendeck kostet übrigens zehn Euro, Kifold, zehn Euro. Minecraft Item, das kostet 5,99 Euro und man, oh man, oh man, ich hätte gern. Dann den Egg Cup und was auch immer, das Torst, Croft, Twitter. Ich weiß es nicht, was da steht, aber das wäre schon richtig nice gewesen. Das Teil habe ich leider nicht bekommen. Ich habe was anderes bekommen, aber wir werden es gleich sehen. Freue dich über Magneten, einen Eierbecher oder Aufkleber der berühmten und unverzichtbaren 3D Welt Minecraft. Ein nahezu unendliches Terrain, Rohstoffe mit denen du nach Belieben bauen kannst. Dieses Spiel wird deine Kreativität weiter vorantreiben. Wir kennen alle Minecraft und ich habe die Aufkleber bekommen. Ne, Magnet, Magnetic Icons, Characters and Badges to build your own Minecraft Level. Oh mein Gott, ich brauche eine Magnetwand. Holy shit, das ist voll geil. Finde ich irgendwie auch richtig nice. Werde ich definitiv verwenden. Ich bin so ein Killer. Ich werde mir das schön mein Häuschen bauen und da ist sogar was für Halloween mit dabei. Ich meine gleich, ich habe früher immer bei Minecraft diese Dinger gebaut und habe sie mir überall hin platziert. Das ist so nice. Mit Minecraft kannst du einfach nichts verkehrt machen. Es ist einfach, es ist einfach so. Voll geil. Voll geil. Voll geil. Voll geil. Ich habe nur leider keinen, ähm, nice. Ich habe leider keinen, haaa, ich habe leider keinen Kühlschrank, bei dem das funktionieren wird, glaube ich. Aber ich werde mir da definitiv so eine Magnetwand holen, wo ich drauf rumspielen kann mit den Dingern. Weil das ist mega geil. Ich feiere das übrigens. Kannst euch nicht sagen. Ich finde das, das ist wirklich auch schlicht und richtig nice. Also da hast du im Endeffekt diese Magnetstücke drin und die kannst du dann im Endeffekt rausbrechen. Oh, das sind sogar mehr. Geil. Nice. Hier haben wir auch noch was. Guck dir das an. Ich kann mir ein richtiges Haus bauen. Mit Garten. Geil. TNT ist auch mit dabei. Haben wir einen Creeper? Ja, die sind auch mit dabei. Nice. Sehr, sehr nice. Richtig cool. Es ist wirklich was Schönes, dass nicht zu viel Platz wegnimmt, dass du so auch platzieren kannst. Voll geil. Richtig, richtig cool. Mega. Mega, 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 mega. Richtig nice. Geil. Ist nur, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wenn du die rausbrichst, dass ein bisschen was, also wenn wir das mal angucken, der nimmt da schon ein bisschen was weg von der Figur. Aber auch, das stört eigentlich nicht. Also es ist ein bisschen doof ausgeschnitten, aber das macht eigentlich nichts. Aber man erkennt ja trotzdem noch, was es ist. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr nice. Richtig cool. Ist wirklich auch eins meiner Highlights aus der Box. Aber es kommt natürlich nichts an die Batman Figur an. Es steht ganz, ganz klar auf Nummer eins. Aber jetzt kommen wir schon zum letzten Teil. Und zwar Exklusiver Wutbox Pin 4,99 Euro. Entdecke einen Pin mit dem Abbild eines geheimnisvollen Schwertkämpfers und ich liebe ihn, der sich rühmen kann, niemals vom richtigen Weg abzuweichen, weil er einem strengen und ritterlichen Kodex folgt. Den habe ich tatsächlich. Hier haben wir ihn. Passt perfekt zum zum Thema Knights und sieht auch richtig cool aus. Also man erkennt sofort, wer es ist und den. Also wenn es der ist, von dem ich denke, dass es ist, dann habe ich den immer in Super Smash verwendet, hergenommen. War sehr cool. Ich feiere ihn und der Pin ist auch wieder mal richtig nice. Ansonsten war es schon. Jetzt zähle ich noch das T-Shirt an. Dann kommt das Abschlusswort. Bis gleich. Das war auch schon das Unboxing der Wutbox aus im August. Die Nice, nice. Die Nice and Knights Wutbox haben wir hier. Hier habe ich nochmal das T-Shirt an. Es passt sehr gut. Das heißt Größe S ist hier eigentlich echt passend. Für alle, die wissen wollen, wie groß das ungefähr ist. Das passt eigentlich perfekt auch von den Schultern her. Vielleicht minimal zu groß, aber ansonsten passt es. Was war mein Highlight der Box? Mein Highlight der Box war definitiv die Batman Figur. Die ist schon wirklich sehr, sehr nice. Was ich auch mega geil finde, sind diese Magneten von Minecraft. Und mich würde jetzt mal interessieren, was sind eure Favoriten? Oder was ist euer Favorit aus dieser Wutbox? Und was ich euch noch zeigen wollte, ist folgendes. Auf dieser Seite bin ich ja noch mit oben. Das zeige ich euch jetzt gleich noch. Auch diese Wutbox hatte wieder mehrere Highlights zu bieten. Ich finde es immer noch nice. Sie lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Box und auch auf die Oktoberbox. Auf die Halloween Box bin ich ultra gespannt und freue mich jetzt schon mega drauf, diese Box mit euch auszupacken und auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Ich fand es nice. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr irgendwas noch sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Können wir weiterhin ausbauen, wie wir die Videos aufnehmen und so weiter und so fort. Aber meine Highlights sind definitiv diese Minecraft Magneten und diese Batman Figur. Die ist schon wirklich richtig, richtig nice. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend heute. Genießt euren Tag noch und wir sehen uns im nächsten Unboxing wieder. Oder vielleicht im Stream oder vielleicht auf Instagram, auf meinen Storys, in meinen Storys. Und ja, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.